hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder mit dabei seid in diesem video geht es mal wieder um den smart home deal des tages genauer gesagt geht es in diesem video um ein produkt was jetzt sehr sehr lange zeit ausverkauft war es geht um den zwei meter lightstrip mit usb bepowerung von ethersky viele von euch hatten mich gefragt ob ich nicht noch mal ein video darüber machen kann wenn dieser deal wieder verfügbar ist jetzt ist er endlich wieder zu haben der zwei meter lightstrip von ethersky für 13 euro einer der günstigsten lightstrips und vergleichsmäßig einer der besten lightstrips auf dem markt aktuell link zum deal habe ich euch selbstverständlich einmal in die infobox gestellt dort gibt es auch noch mal alle technischen details für euch nur noch mal der hinweis seit diesmal definitiv schnell denn erfahrungsgemäß dauert das nicht lange und dann ist der lightstrip wieder ausverkauft richtet sich natürlich komplett nach dem ganzen aufkommen was ethersky jetzt hier reingepackt hat es kann natürlich auch sein dass er etwas länger online ist aber kleiner tipp wenn ihr das ding haben wollt seid definitiv schnell der zwei meter lightstrip von ethersky ist wie gesagt einer der besten lightstrips in dieser preiskategorie das hat gleich mehrere gründe grund nummer eins meiner meinung nach die verarbeitung in kombination mit der bepowerung die kommt hier von usb das heißt ihr könnt diesen lightstrip ohne probleme mit einer powerbank betreiben könnt ihn allerdings auch und das finde ich natürlich sehr gut auch im dauerstrom in der usb steckdose im usb adapter oder ähnlichem betreiben also alle möglichkeiten stehen euch hier offen ich persönlich nutze die usb lightstrips unfassbar gerne an stellen gerade in sideboards und so weiter wo man keinen feststromanschluss hat wo man hier wirklich einfach eine kleine powerbank anschließt und dann ist dieses ding voll funktionstätig und was ich hier extrem genieße bei diesem lightstrip ist dann tatsächlich die gesamte steuerbarkeit über die app ich finde diesen farbkreis wunderbar ihr könnt ihn hiermit wirklich sehr sehr präzise steuern und vor allen dingen und das ist natürlich für alle die jetzt mit intelligenten sprachassistenten arbeiten der absolute oberpunkt ihr könnt den lightstrip mit dem google home und natürlich auch mit dem amazon echo steuern also auch das funktioniert richtig gut nahtlos im prinzip dann auch beispielsweise über die amazon echo app wo ihr dann den lightstrip ohne probleme mit den anderen smart home geräten in eurem smart home verbinden könnt und somit funktioniert das ganze dann auch sehr sehr zuverlässig insgesamt wie gesagt der deal des tages 12 99 ist das ding jetzt wieder verfügbar das heißt nutze es aus link zum deal natürlich für euch einmal in der infobox dort auch noch mal alle technischen details wenn ihr fragen habt zum lightstrip gerne einmal alles in die kommentare schreiben ich versuche natürlich so schnell wie möglich wie ihr das von mir kennt auf eure fragen zu antworten dass ihr noch rechtzeitig solange das ding online ist den lightstrip kaufen können bis dahin würde ich mich unfassbar freuen wenn euch das video gefallen hat wenn ihr dem video einen daumen hoch da lasst gerne natürlich auch ein abo da lassen dann verpasst ihr nichts mehr jeden tag in der woche gibt es alle aktuellen deals aus der technik und smart umwelt für euch natürlich hier als video bei mir auf dem youtube channel bis dahin wünsche ich euch alles alles gute passt auf euch auf leute bleibt gesund und macht's gut und bleibt vor allen dingen smart bis zum nächsten video ciao